Und nun gehen wir uns in den Klauchschritt bei Sam mit seiner extra 3.30 XS. Und nun gehen wir uns in den Klauchschritt bei Sam mit dem Klauchschritt bei Sam mit dem Klauchschritt bei Sam mit dem Klauchschritt. Klauchschritt bei Sam mit dem 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 Klauchschritt bei Sam Oh yes! Oh man! Oh man! Oh man! Es zu sagen, Walter Ekstra. Viele haben vielleicht im Hinterblick einen Gedanken. Der Gedanke ist mit Sicherheit richtig. Walter Ekstra war Vize-Europameister. Und kurz so. Sie kriegen die Drehung auf die Linksanzahl auf. Der ist im Sturzflug bei voller Motorleistung. Demonstriert diese Geschwindigkeit. Hier ist ein Rückprozess. Das ist ein Rückprozess. Die Expo 300 ist unterwegs. War und ist einfach so. Mit diesem Flugzeug die Träume eines jeden Flugflugpiloten. Wir haben sie. Ein ruchfestes Flugzeug. Mit bestmöglicher Manöbierweg. Weil sie in den Meisterschaften und Grenzen mitfliegen kann. Charles Schult ist mit diesem Flugzeug im Jahrzeichen. Weltmeister David Faisen. Das ist ein Einheimischen Flugzeug. Und natürlich ist ein Flugzeug im Jahrzeichen. Das ist ein Flugzeug, der im Jahrzeichen der Jahrzeichen. Der ist ein Flugzeug, der im Jahrzeichen war. Der hat sie auch als ganz, 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 ganz. Und natürlich hat sie auch schon seitdem. Die Anerkennung war erzut. Untertitelung des ZDF, 2020 Ich glaube, es ist schon gut, dass ich diesen Rücken stammt habe. Untertitelung aufgrund der Audioqualität nicht möglich Das ist die Möglichkeit, die Produkte zu produzieren. Diese Seite, zum Beispiel, sind direkt zurück in 30 Sekunden. Das ist eine andere Seite. Sie finden einen F-16-Fighter. Das ist direkt zurück. Versucht der Pilot hier die verschiedenen Bewegungen der Kreiselbesätze zusätzlich zur Ordnung zu realisieren. Die Kontrollen auf der Flugzeuge sind sehr stark. Wir haben auch die Halorons. Die Halorons sind in 15 Grad. Vielen Dank.